Promoting Tolerance ist so relevant für die Zukunft unserer Gesellschaften, für die Zukunft der gesamten Welt, weil das unsere Antwort auf Kriege ist, weil das unsere Antwort auf Terrorismus ist. Liberale müssen mit guten Argumenten den Populisten und den fremdenfeindlichen Gruppen und Menschen entgegentreten, aufklären, informieren. Minderheitenrechte sind so wichtig, weil gerade daran sich zeigt, welchen Stellenwert Menschenrechte haben, wenn auch gegen eine Mehrheitsmeinung, eine Religion, eine Auffassung, eine Pressemeinung veröffentlicht und gesagt werden kann, ohne Angst zu haben.